Hallo liebe Abonnenten und liebe Nicht-Abonnenten. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe ja in den letzten Monaten oder fast im letzten halben Jahr jeden Tag ein nettes Let's Play Video hochgeladen und veröffentlicht. Jetzt bin ich allerdings in der Lage, dass ich meine Abschlussarbeit schreibe und nicht genau weiß, ob ich das noch einhalten kann. Wahrscheinlich kann ich das nicht. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich das tue. Ich werde noch veröffentlichen, was ich bei YouTube hochgeladen habe und was ich noch so auf der Platte habe. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie es ausschaut, denn ich habe auch nicht mehr so viel Zeit und so weiter und so fort. Ihr wisst vielleicht, wie das ist. Und wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Es kann natürlich sein, dass jetzt meine Abonnenten anfangen, mich zu deabonnieren, aber dann kann ich es nicht ändern. Das ist nun mal ein Hobbyprojekt, was ich in meiner Freizeit mache und was ich meistens nicht mal ein Lob bekomme oder nur sehr selten sogar. Manchmal sogar Daumen runter. Damit muss man halt leben. Und auf keinen Fall bekomme ich dafür irgendwie Geld, nicht einen Cent. Ja, nur damit ihr wenigstens Bescheid wisst. Es kann auch sein, dass ich mit Let's Plays pausieren muss, kommt drauf an oder ich muss sie eben durcheinander hochladen, dass es jetzt kein Deus Ex mehr gibt und dafür jetzt noch die restlichen Pokémon folgen und dann plötzlich ein anderes Let's Play. Seid also bitte nicht überrascht, wenn es ein bisschen durcheinander wird oder wenn es mal keine Folge gibt. Okay, seid mir nicht böse. Wie gesagt, ist eine Freizeitsache und wenn ich nicht mehr so viel Freizeit habe und nicht mehr so viel Energie dafür aufwenden kann, dann geht es einfach nicht mehr. Da muss ich die Prioritäten einfach woanders hinsetzen und nicht auf YouTube-Videos, die sich nur fünf Leute angucken. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bzw. fürs Reinhören und bis dahin. Ciao.